Was geht ab? Bildungsdelite, herzlich willkommen zurück und heute geht es wirklich einmal um Bildung, denn ich habe mir nicht einen dahergelaufenen Typen einfach mal raus an den Podcast geholt, sondern niemand geringeren als Dr. Scott Stevenson. Scott, bevor ich dich gerne mal ganz kurz vorstelle, gleich im Detail, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie spät hast du es jetzt in Amerika gerade? Also wir haben knapp 1 Uhr nachmittags, mit einem Tag. Angenehm, ne? Wo genau wohnst du gerade? Wo lebst du? In Florida, im Südflorida, in der Nähe von Fort Myers, also direkt westlich von Miami, wo wir die beste Hitze und die beste Feuchtigkeit haben. Ja, schön warm. Ja, schön warm und schwül auch. Wie warm ist es gerade für euch? Zentigrat wäre es also 36 vielleicht, 35. Die hohe Luftfeuchtigkeit, ne? Ja. Immer, immer heiß, aber ich kümmere mich drum. Also lieber Hitze als Kälte eigentlich bei mir. Ja. Ich schwitze den ganzen Tag, aber ja, ist mir egal. Dafür hast du den Ventilator an hinter dir und der regelt. Genau. Ja, für die, die dich jetzt nicht kennen, mag ich dich ja mal ganz kurz vorstellen, wenn ich das alles richtig auf deiner Internetseite gelesen habe. Okay. Dort bist du ein Doktor, also du hast ein PhD in angewandter Trainingsphysiologie, richtig? Ja. Exercise Physiology sozusagen, auf Englisch, ja. Genau. Applied Exercise Physiology, korrekt? Genau, genau. Dann bist du selber aber auch Wettkampfbodybuilder gewesen, hast auch mehrere Titel gewonnen, bist seit über 30 Jahren am Trainieren und über 25 Jahren als Personal Trainer und Coach auch aktiv und hast auch an der Universität gelehrt, hast mehrere wissenschaftliche Artikel geschrieben und auch veröffentlicht und hast selber halt auch ein Trainingsprinzip begründet, nämlich das Fortitude-Training, über das ich nachher möchte, auch nochmal mit dir reden möchte. Ja. Ist das alles so richtig? Ja, genau. Ich bin ein bisschen älter geworden seitdem. Okay. Jetzt bin ich also 42 Jahre dabei beim Training, zumindest. Ja. Ja, also oftmals werde ich im Fitnessstudio gefragt, also wie lange bist du beim Training gewesen? Ich sage, also wie alt bist du eben? Okay, also zehnmal dazu addieren. Ja. Bin ich schon dabei gewesen. Unfassbar. Ich bin der alte Reich sozusagen. Damals war es ja noch gar nicht so bekannt, ins Fitnessstudio zu gehen. Heutzutage machen das viele Leute einfach, um ihren Körper zu formen und weil das auch ihre Freunde machen. Wie bist du damals ins Fitnessstudio gekommen? Was hat dich am Bodybuilding interessiert? Das ist ganz interessant. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Interessanterweise habe ich immer, solange ich mich erinnern kann, irgendwelchen Wunsch gehabt, dass ich trainieren konnte. Ich stelle mir vor, so witzigerweise, dass vielleicht im vorigen Leben war ich ein Bodybuilder, der irgendwie nicht erledigt hatte, was er vorhatte. Und ich bin wieder geboren. Hier bin ich wieder, um das zu machen, was ich vorher machen wollte. Vor zwei, ich habe ein bisschen aufgeräumt in den letzten Monaten. Vor zwei Wochen habe ich ein Tagesbuch gefunden, als ich ein Kind war, also achtjähriges ungefähr, glaube ich. Nein, wie geil. Und ich habe oftmals, mein Vater hat ein Trainingsgericht zu Hause gehabt, bin ins Zimmer hineingeschlicken und dort, als ich wahrscheinlich acht oder sieben, neun Jahre alt war, darauf trainiert oder zumindest rumgespielt. Und ich habe im Tagesbuch hingeschrieben, dass ich ein bisschen Angst davor habe, dass ich irgendwie süchtig nach diesem Schmerzen des Trainings geworden bin. Das hast du als Kind in deinem Tagebuch geschrieben? Das wusste ich nicht. Also es war sehr interessant, mit mir selber sozusagen zu reden als Kind. Das habe ich hingeschrieben, weil ich wusste zu der Zeit, dass es irgendwas Besonderes dabei gab. Und ich habe mit elf in der Grundschule praktisch angefangen. Wir haben so eine Fitnessstudie gehabt und seitdem bin ich praktisch immer beim Training gewesen. Verrückt. Das heißt, du bist leider süchtig geworden. Du bist süchtig geworden nach dem Training. Interessanterweise, ja, aber nicht wie ein Drogensüchtiger oder so. Wenn ich nicht trainieren kann, würde ich lieber mal trainieren. Aber, ja, ich habe einige Pausen gemacht. Ich habe mich, also das habe ich eigentlich in diesem Fortitude-Training-Buch beschrieben, habe ich einmal richtig krass übertrainiert. Viel zu viel und ich muss da eine Pause machen. Aber, ja, süchtig, abhängig. Es ist mehr wie eine Liebe. Ist man, also, ist man seiner Frau süchtig? Ja, ja, wenn er sie richtig liebt. Vielleicht, aber Süchtigkeit ist wahrscheinlich nicht der Grund. Das ist mehr eine Passion, ne? Genau, eine Leidenschaft, ja. Genau. Scott, wann hast du dich dann aber dazu entschieden, auch da in die Materie reinzugehen? Weil früher, wenn man das so hört aus einer Oldschool, klar, die Leute haben sich auch mit Training beschäftigt, aber man war eher so der Meathead, der ins Studio gegangen ist, der trainieren wollte, der sich nicht so um wissenschaftliche Dinge gekümmert hat. Wann hast du gesagt, Moment, ich möchte verstehen, was dahinter passiert? Zuallererst bin ich wahrscheinlich kein Meathead. Immer noch. Immer noch, ja. Aber ein sehr neugieriger Meathead, sozusagen. Und, also, ich habe an der Uni Deutsch und Physik studiert, vor 30 Jahren. Daher auch die Fähigkeit, Deutsch zu sprechen. Also, erstmal exzellent. Ja. Sehr gut. Teilweise, ja. Ich habe vor 30 Jahren überhaupt kein Deutsch gesprochen, bis vor zwei Jahren so ungefähr. Ja. Dann habe ich Gelegenheit, das zu machen. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe, ich dachte, also, will ich Physiker werden oder irgendwie Deutschlehrer werden? Wahrscheinlich nicht. Und habe mich entschieden, wofür habe ich Liebe? Das Training eigentlich. Und ich wollte zu der Zeit, das sage ich witzigerweise, ich wollte der beste Personal Trainer der Welt sein oder sowas. Ja, cool. Und habe mich entschieden, mich auszubilden, weil ich wusste, dass es so viel Quatsch geredet wurde. Zu der Zeit war ich ein bisschen vorsichtig. Man hat so viele Dinge in den Heften, in den Magazinen gelesen, also Muscle und Fitness und so weiter. Und habe mich entschieden, ein Masterstudio zu machen. Und dann habe ich getan. Und dabei habe ich gelernt, wie interessant die Wissenschaft ist eigentlich. Und auch habe ich herausgefunden, dass ich richtig eine Liebe auch fürs Lehren habe. Und war Dozenten dabei. Und dann habe ich mich entschieden, also wenn ich richtig was lernen will, dann muss ich eine Doktorarbeit machen, was ich möglicherweise gemacht habe. Und dann ging es los, weil ich im Laufe dieses Lehrens gesehen habe, dass was ich persönlich gesehen habe, in meiner Erfahrung, auch in der Wissenschaft zu finden ist. Ich sage oftmals, dass was im Fitnessstudio passiert, passiert im gleichen Universum, wie was also im Labor passiert. Ja. Und also die Welten sind irgendwie nicht getrennt, wie viele Meathets glauben irgendwie. Und viele Meathets verstehen nicht Wissenschaft. Einige Wissenschaftler, nicht alle, aber viele, man kann die Frage stellen, also trainierst du überhaupt? Einige nicht. Also die zwei Welte zusammenzubringen, das war irgendwas, was ich richtig geil gefunden habe. Ja. Darf ich fragen, worüber du deine Doktorarbeit geschrieben hast? Wir haben eine Studie über Kreatin gemacht, eigentlich. Der Placebo-Effekt ist sehr interessant bei Kreatin. Die meisten Leute, die merken, also wenn sie tagtäglich sich selber wiegen, dann merken sie, dass sie Gewicht zugenommen haben. Ja. Und deswegen haben sie diesen Placebo-Effekt. Deswegen haben wir Strom verwendet, um den Quadrizeps zu trainieren. Und wir haben Muskelfläche, Muskelgröße mit MRT gemessen. Und das eine Bein haben wir einfach alleingelassen, also nicht trainiert. Die Probanden haben ihr normales Training ausgeführt. Und mit dem anderen Bein haben wir mit Strom den Muskel trainiert. Mit Strom, also es ging überhaupt nicht um, was die freiwillig machen wollten. Sie haben sich einfach da gesessen. Also überhaupt nichts. Kontrahiert willkürlich. Und der Strom hat das gemacht. Und wenn man so ein Muskel trainiert, kann man schneller Wachstum erzeugen als mit dem willkürlichen Trainieren eigentlich. Sehr, sehr schnell. Es gibt so eine Hemmung der Spannung, die durch das ZNS erzeugt wird. Also um praktisch quasi den Muskel zu schützen. Dass man nicht einen Stress hat. Und deswegen kann man richtig krass, zumindest die Motoreinheiten, die durch Strom kontrahieren, werden praktisch also voll angespannt. Und in dem exzentrischen Kontrahieren ist die Spannung ganz hoch. Also höher, als was man normalerweise erzeugen könnte. Aber mit weniger Muskelmasse eigentlich. Und deswegen ist der Reiz sehr, sehr stark. Und also am Ende des Tages gab es keine Wirkung von Kreatin in diesem Fall. Ja, aber wir haben zumindest mal diesen Placebo-Effekt isoliert, in dem es ging nicht um, ja, jetzt weiß ich, ich bin auf dem Stoff, ich habe Kreatin in der Diät oder ich bin in der Kreatin-Bedingung-Gruppe und wir haben keine Wirkung gesehen. Also mittlerweile wissen wir schon, dass Kreatin eine Wirkung haben kann. Aber ein Teil davon ist wahrscheinlich eben, dass dieser Placebo-Effekt dabei ist. Das wissen wir. Ja, von anderen, zum Beispiel mit Drogen, Substanz und Drogen, die für Depressionen verwendet werden. In den Staaten sehen wir jetzt viele Werbungen dazu. Also ich habe keinen Fernseher, aber beim Fernsehen, also praktisch jede Stunde kann man eine Werbung für eine Droge sehen. Und deswegen glauben heutzutage, im Vergleich zu vor zwei Jahrzehnten, die meisten Leute, dass diese Drogen, die haben eine Wirkung. Sie wissen, dass sie eine Wirkung haben. Und sie haben auch deswegen in den Studien gesehen, dass die Wirkungen von diesen Drogen gesteigert werden sind. Wahrscheinlich, weil die Gesellschaft weiß schon, dass diese Drogen funktionieren. Also wie bei Kreatin, dass Kreatin eine Wirkung hat, aber der Placebo-Effekt verstärkt es. Wahrscheinlich. Es ist schwierig, das zu isolieren. Das können wir nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Aber ich vermute zumindest, dass das wahrscheinlich passiert. Das ist kein Problem. Also wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Es ist egal, wieso. So, aber ich würde mal sagen, ich habe eigentlich mit deinem, nur heute darüber geredet, er wollte mal von mir wissen, welche Pre-Workouts sollte er eigentlich verwenden. Ich sagte ihm, also du brauchst sowas eigentlich nicht. Also vielleicht ein bisschen Koffein, also einen Kaffee trinken wäre keine schlechte Idee. Aber es gibt so viele davon. Er hat einfach angenommen, dass er sowas brauchte, um richtig zu trainieren. Und wenn man so etwas zu sich nimmt, dann merkt man das und dann hat man dazu einen Placebo-Effekt. Was auch interessanterweise genetisch bedingt ist. Das wissen wir auch. Es gibt also ungefähr 30 Gene, die mit einem Placebo-Effekt verbunden sind. Ja, es ist interessant. Es hat mit Stoffwechsel im Gehirn, also Dopaminausschüttung und so weiter zu tun. Oh, da könnte ich noch Stunden mit dir drüber reden. Aber ich möchte mit dir eigentlich ein ganz anderes Thema ansprechen. Denn ich glaube, wir alle sind damals ins Fitnessstudio gegangen, wenn es jetzt nicht wegen Verletzungen war, um dicke Muskeln aufzubauen. Zumindest die Männer. Die wollen alle massiv aussehen, wollen dicke Muskeln aufbauen. Und die Frage ist jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, Scott, was sorgt denn überhaupt bei der Muskulatur für Hypertrophie? Es gibt ja immer diese Three Pathways, die man immer nennt. Einmal Muscular Tension, Muscular Damage und Metabolic Stress, right? Ja. Was ist deiner Meinung und vielleicht auch aus der Meinung der Wissenschaft jetzt überhaupt maßgeblich der Driver für Hypertrophie? Auch dazu würde ich addieren, die richtigen Eltern auszuwählen. Also die Genetik ist echt der Fall. Ich habe eigentlich einen Vortrag, den ich gebe. Der Titel heißt so, wieso du nicht wie ein Profi aussiehst. Und ich rede über diese genetische Verteilung sozusagen von verschiedenen Dingen, die voraussagen, wie viel man Muskelwachstum erzeugen kann. Da gehen wir mal ganz kurz vielleicht reingehen. Was ist denn eine gute Genetik? Wir können ein bisschen ein Stück zurückgehen. Okay, gerne. Muskel haben verschiedene Weisen, in denen sie sich an einem Reis anpassen können. Ja. Und Muskelwachstum ist vielleicht, je nachdem, welche Genetik man hat, es ist sehr teuer, in Bezug auf Kalorienverbrauch, Muskel aufzuwachsen. Wir können zum Beispiel einige Proteine, die Myosin-Proteine zum Beispiel verändern, um Ausdauer zu verbessern. Wir können auch, und einige Wissenschaftler, sie behaupten, dass Muskelwachstum oder Hypertrophie eigentlich praktisch eine Nebenwirkung von Training ist. Weil wir merken am Anfang eines Trainingprogramms, dass die meisten Leute sehr, sehr stark werden, oder sie können zumindest schneller stark werden, als sie Muskelwachstum erzeugen können. Aber andererseits ist es wichtig, meiner Meinung nach, Kraft, Gewicht auch zu steigern. Deswegen, eine richtige Genetik ist wichtig, indem man muss, wie kann man das sagen eben, Man muss den richtigen Weg für sich selbst finden, diese molekuläre Basis auszubeuten, sozusagen. Es könnte mal sein, für einen, dass schweres Gewicht am besten dafür sorgt, dass man Muskelwachstum erzeugen kann. Für einen anderen, mehrere Wiederholungen wäre besser. Und ich kann das mit einer Studie erläutern. Es gab eine Studie, die, glaube ich, in diesem Jahr publiziert wurde. Und sie haben so ungefähr 20 Probanden gehabt. Und für die ersten zwölf Wochen haben sie entweder mit schwerem Gewicht trainiert oder mit höheren Wiederholungen, also leichterem Gewicht trainiert. Und dann nach zwölf Wochen haben sie das abgewechselt. Und die obere Hälfte, die waren diejenigen, die am besten respondiert haben, waren wahnsinnig gut. Und dann die untere Hälfte, es gab einige, die waren die nicht-respondent, sozusagen. Sie haben nicht sehr gut entweder oder mit schwerem Gewicht oder umgekehrt respondiert. Aber mit nur einer Ausnahme haben alle in der zweiten Hälfte mit dem anderen Programm gut respondiert. Das heißt, man sagt, also hast du verstanden, ja? Ich versuche das gerade nochmal nachzuvollziehen. Also, man hat die Gruppe geteilt. Und die einen haben mit schwerem Training angefangen und danach leichtes Training gemacht, mehrere Wiederholungen. Und die anderen haben mit leichten Wiederholungen angefangen und schweren Wiederholungen. Richtig? So ungefähr. Also, die ersten zwei Wochen waren sie entweder bei schwerem Gewicht oder leichtem Gewicht. Genau. Und dann die nächsten zwölf Wochen andersrum. Umgekehrt, genau. Und manche konnten bei leichtem Gewicht aufbauen, manche bei schwerem Gewicht aufbauen, andere haben da nicht-respondent. Aber am Ende, nach den 24 Wochen, haben alle-respondent. Ja, genau. Das war es. Interessanterweise, diejenigen, die nicht gut bei schwerem Gewicht respondiert haben, dann haben die Hörenwiederholungen eine, das war ein Erfolg für sie. Okay. Das war eine Lösung. Ja. Und das war mit Quartalzepsmuskeln in diesem Fall. Und das, also ich vermute zumindest, das, und das sieht man oft, also zum Beispiel mit Beinen, sie wachsen besser mit Hörenwiederholungen. Ja. Und Oberkörper kann anders sein, Arme, Höhrewiederholungen, Rücken mit schwerem Gewicht zum Beispiel, je nachdem. Man muss für sich selber herausfinden, was am besten funktioniert, in den meisten Fällen. Liegt das an den unterschiedlichen Anlagen von Muskelfasertypen, oder? Vielleicht, also ich, das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Okay. Also zumindest, wie ich jetzt die Lage der Wissenschaft verstehe. Es gibt ein bisschen was, was dazu sagt, dass Höhrewiederholungen besser für das Wachstum von den Typ 1 Phasen ist. Genau. Nur ein bisschen was, und das ist immer so, was die Bros gesagt haben, das ist nicht unbedingt der Fall. Zum Beispiel bei Waden. Und das Problematische dabei ist, wir wissen nicht, inwiefern, die meisten von uns wissen nicht, was für eine Verteilung von Muskelhasen wir haben, insbesondere in den verschiedenen Muskeln. Ja. Ja, klar. Wir sehen auch unterschiedliche Dinge in den besten Bodybuildern. Es gibt verschiedene Studien, zum Beispiel, es gibt Studien bei Bodybuildern, die sehr viel von diesen Typ 1 Phasen haben. Aber wir wissen von den meisten kurzfristigen Studien, die mit Anfängen gemacht worden sind, dass die Typ 2 Phasen am besten wachsen. Ja. Aber mit fortgeschrittenen Bodybuildern sehen wir, dass sie viele von diesen Typ 1 Phasen haben. Und interessanterweise, dass die Größe der Typ 1 Phasen normal ist. Das heißt, die Phasen sind nicht größer, durchschnittlich als ein normaler Mensch. Sie haben einfach mehrere davon. Und jetzt haben wir dieses Phänomen von Hyperplasia im Vergleich zur Hypertrophie. Ja. Das ist ein ganz anderes Gespräch. Aber Hyperplasia ist genetisch vorbedingt, oder kann man das auch trainieren? Kann man wahrscheinlich trainieren. Inwiefern das passieren kann, ist wahrscheinlich genetisch bedingt. Okay. Aber was die Bedingungen sind, keine Ahnung. Also das wissen wir nicht. Es gibt eine sehr interessante Studie mit Vögeln, eigentlich. Die von, es ist schon 30 Jahre alt. Und in dieser Studie haben sie, inwiefern ich das weiß, dass, also mehr Muskelwachstum, was ich je vorher gesehen habe. In einem Monat haben sie Muskelgewicht, glaube ich, 260, 270 Prozent erhöht. So ungefähr. Wow. Und das, also in diesem Programm sozusagen, in dieser Studie haben sie einfach Gewicht auf den, auf den Flügeln der Vögel hängen gelassen. Das haben sie also für zwei Tage gemacht und dann für einen Tag einen Erholungstag gehabt. Und dann haben sie das Gewicht erhöht, so wie bei Progressive Overload. Und sie haben das regelmäßig für einen Monat gemacht. Und am Anfang des Programms haben, also durchaus haben sie immer Muskelwachstum bezeugt. Ja. Die haben also jede Woche, glaube ich, einige von den Vögeln umgebracht, um zu sehen, inwiefern ein besonderer Muskel, ein besonderer Muskel gewachsen ist. Und so wie, also in Menschen wäre das, also du musst mal einen Kurzhantel rumtragen. Also den ganzen Tag, tagtäglich. Und dann sehen wir, wie groß dein Trapezus wird. Ja. Und am Anfang wurden die Phasen größer. Und das passiert bis ungefähr, hauptsächlich durch, also bis zur zweiten oder dritten Woche. Und dann nachdem, obwohl der Muskel immer noch größer geworden ist, sind die Phasen kleiner geworden. Ja. Das ist wahrscheinlich, weil am Anfang wir Muskelwachstum durch Hypertrophie haben. Und dann, also im Laufe der Zeit, vielleicht auch, was mit den besten fortgeschrittenen Bodybuilder auch passiert, haben wir auch dieses Phänomen von Hyperplasia, die dabei ist. Interessant. Ja, war sehr interessant. Also Muskelwachstum ist regelmäßig gesteigert worden im Laufe des Monats. Aber was mit den Phasen passiert ist, ist, hat sich verwandelt. Verrückt. Obwohl ja der Trainingsreiz nicht anders wurde. Es war dasselbe Training. Aber die Reaktion des Muskels wurde unterschiedlich. Genau, genau. Und inwiefern das bei Menschen passiert, also was man im Fitnessstudio macht, ist ganz anders, als was in dieser Studie passiert ist. Aber wenn wir sehen, also wir haben einige andere Studien, die dazu hingedeutet haben, dass Hyperplasia eine Möglichkeit in Ratten zum Beispiel, in Katzen ist und wahrscheinlich auch in Menschen. Das ist vielleicht irgendwas, was im Laufe der Zeit passieren kann, wie man das erzeugen kann. Ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich mit höherem Volumen wäre vielleicht ein besserer Ansatz, um Hyperplasia zu erzeugen. In dieser Studie haben sie das den ganzen Tag gemacht. Also das Gewicht war immer dabei. Wie kann man sich denn jetzt überhaupt Hypertrophie genau vorstellen? Es gab ja früher den Mythos, dass man beim Training die Muskulatur kaputt macht, die Muskulatur dann Muskelkater kriegt und sich dann im Heilungsprozess des Muskelkaters vernarbt und dicker wird. Das war ja früher so ein Mythos. Wie funktioniert Hypertrophie wirklich? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist wahrscheinlich nicht eine Vernarbung sozusagen, wo das passieren kann. Okay. Es gibt praktisch eine Muskelverletzung, die passiert. Das wissen wir schon. Wir können sehen zum Beispiel, dass verschiedene Enzyme rauskommen, insbesondere in den Tagen nachdem, wo man Muskelkater hat. Also es gibt einen Entzündungsprozess, die sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, aber in der richtigen Menge. Und dadurch gibt es so einen Umbau, der stattfinden muss. Und insbesondere haben wir drinnen in jeder Muskelfaser diese Myofilamente. Jetzt werden wir ein bisschen fachbegrifflich. Sehr gut. Finde ich gut. Wenn ich das auch durch machen kann. Und also die dicke und die dünne Filamente, die aus Arktin und Myosin gemacht werden sind. Und diese Filamente, wir kriegen mehrere davon. Die werden wahrscheinlich auf der Außenseite von der Faser aufgebaut. Und dadurch wird der Faser ein bisschen dicker. Sind das diese Satellitenzellen, von denen man ausspricht? Die sind auch sehr, sehr tief damit verbunden. Das ist sehr, sehr wichtig. Also außerhalb der Fasen haben wir diese Satellitenzellen. Sie sind quasi Stammzellen, die besonders für die Muskeln sorgen, dass sie im Fall von Hypertrophie mehrere Zellenkerne kriegen können. Wenn eine Muskelfaser haben, haben viele Zellkerne, die quasi so groß sind. Ich verwende oftmals diese Analogie, dass so wie eine Stadt, die größer wird, also weil die Bevölkerung größer wird, brauchen wir mehrere Postbüro, um die Lieferung zu machen und so weiter. Und deswegen, wenn eine Muskelfaser größer wird, brauchen wir mehr Zellkerne und die kommen von diesen Satellitenzellen. Okay. Und interessanterweise, diejenigen, die am besten wachsen, die die richtigen Eltern gewählt haben, haben mehrere davon. Sie haben eine höhere Dichte von Satellitenzellen und sie schüttern auch mehr von diesen Wachstumfaktoren raus, die diesen Prozess bei den Satellitenzellen ansteuert. Also sie müssen sich vermehren und dann sich verwandeln, dass sie dann rein in die Zelle einkommen können und dann sie sich da etablieren können, um ein Zellenkern zu werden. Wann werden diese... Oh, sorry. Das ist sehr, sehr wichtig dafür. Es gibt einige Studien, also zum Beispiel, wenn man Aspirin oder Entzündungsgegenmittel zu sich nimmt, verhindert man, also verhemmt man diesen Prozess. Sie können auch in verschiedenen Arten und Weise in Studien diesen Prozess völlig hemmen und dadurch kriegt man in einigen Studien überhaupt kein Wachstum. Es kann mal sein, dass die Zellen größer werden können ohne Hilfe von Satellitenzellen, aber wahrscheinlich ist diese Vergrößerung etwas begrenzt ohne Hilfe von den Satellitenzellen. Sie nennen das, also auf Englisch ist es Nuclear Domain Theory, also jeder Zellenkern hat so einen Bereich, einen Bezirk, für den er sich besorgen soll, sozusagen. Zuständig ist, genau. Zuständig ist, genau. Perfekt. Du hast es gerade gesagt, da werden dann Wachstumsfaktoren ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass halt diese Satellitenzellen oder das Ganze einfach wächst. Was muss dann passieren, dass diese Wachstumsfaktoren überhaupt ausgeschüttet werden? Sind das dann nachher diese Reps nah am Muskelversagen oder es ist der Muskelkater? Was ist jetzt wirklich notwendig, um Wachstum im Muskel zu triggern? Den richtigen Reiz eigentlich muss man haben. Und was das eigentlich ist, ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich stelle es mir so vor, also dieser Prozess dauert ungefähr fünf, sechs, vielleicht sieben Tagen, zumindest bei denjenigen, die die beste Genetik haben. Das sehen wir. Und wenn wir also die Landschaft des Bodybuildings so übersehen, dann sehen wir, dass die besten Profis, sie trainieren normalerweise einmal die Woche, einmal jede fünf Tage. Aber das funktioniert, also zumindest für mich, also das war meine erste Einsicht dazu. Und insbesondere diejenigen oder Menschen, die eine Schwäche haben, eine gute Lösung dazu ist, die Frequenz zu erhöhen, also zwei-, dreimal die Woche zu trainieren. Und es könnte mal sein, für jemanden, der nicht gut wachsen kann, dass bei einer Trainings-Einheit, also wenn man genug Sätze gemacht hat, sagen wir, dass diese Wachstumshormone, die werden ausgeschüttet, aber nicht genügend, dass der Reiz dazu ist, zumindest diesen Prozess mit den Satellitzellen richtig mal anzureizen. Anzureizen. Es ist noch nicht genug, um richtig mal das in Schwung zu bringen, sagen wir mal. Aber vielleicht müssen sie dabei, so wie ein Ballon, man schlägt das Ballon und das geht ein bisschen hoch und dann kommt man runter. Aber wenn man nach zwei Tagen wieder mal anzureizen und schlägt, dann hat man vielleicht mal ausreichend diese Wachstumsfaktoren erhöht, dass dann der Reiz stark genug ist, dass die Satellitzellen darauf reagieren werden. Das könnte es sein. Wir haben auch, das ist nur ein Teil der Geschichte, das ist eigentlich sehr, sehr kompliziert. Wir haben auch, inwiefern man Entzündung erlebt. Es gibt eine Muskelverletzung, die dabei passiert. Und bei mir zum Beispiel, das weiß ich schon, ich habe immer Muskelkater. Ich habe praktisch mein ganzes Leben Muskelkater gehabt. Und das heißt, ich kann nur so viel machen und ich habe es auch gern sehr hart zu trainieren. Deswegen, und das habe ich schon vorher gemacht, wenn ich, also sag mal, zehn Sätze, also bis auf Muskelversagen, in einer Trainingsheit machen würde, egal für welche Muskelgruppe, das ist zu viel. Man muss dann eben, wir haben in Bezug auf diese Geschichte Proteinsynthese und Proteinabbau. Und wir müssen die irgendwie ausgleichen, dass am Ende des Tages Proteinsynthese hoch genug ist, dass man vorwärts kommen kann. Also im Laufe der Tage, der Woche, der Monate brauchen wir, wir müssen unbedingt Proteinsynthese haben, die ausreichend ist, um Muskelabbau auszugleichen und also hoffentlich mehr dazu. Und wenn man Muskelbeschädigung hat, dann haben wir so viel Abbau, dass wir nicht klarkommen, damit klarkommen können. Das heißt, für diejenigen, die vielleicht nicht gut wachsen können, mehr zu machen, insbesondere wenn sie Muskelkater haben, ist einfach zu viel. Das heißt, weniger zu machen, dass man sich davon erholen kann und dass man ausreichende Proteinsynthese haben kann, ist sehr, sehr wichtig dazu. Und also viele Menschen, sie reagieren besser, wenn Trainingvolumen sehr, sehr niedrig ist, oder wenn sie sehr, sehr hart trainieren. Es gibt interessante, einige Studien zu diesem Thema und sie haben mal versucht zu sagen, also wir können das so durchdenken. Jedes Mal, wenn man trainiert, setzt man einen Reiz und Proteinsynthese wird erhöht. Das wirst du schon, ja. Und man würde denken dann, also am Anfang eines Trainingsprogramms, dass diejenigen, die am meisten Proteinsynthese erhöhen können, die werden die besten, den besten Fortschritte, den besten Fortschritt machen. Genau. Aber das passiert nicht. Nee, wenn du jeden Tag trainierst, dann wirst du irgendwann in dieses Loch fallen. Genau. Also interessanterweise, wenn sie am Anfang eines neuen Programms Proteinsynthese messen und dann mal schauen, was am Ende des Trainingprogramms passiert ist, sehen die keine Korrelation zwischen Proteinsynthese am Anfang, am ersten Tag. Aber wir wissen schon, dass am ersten Tag ist der Muskelkater sehr, sehr groß. Aber wenn sie, sag mal, zwei oder drei Wochen warten, nachdem der Muskelkater ein bisschen weniger wird, dann ist auch dabei dieser Muskelabbau weniger. Und in diesem Fall, unter diesen Zuständen, haben wir dann die Möglichkeit, dass Proteinsynthese hoch genug ist, um nicht nur Abbau auszugleichen, sondern vorwärts mit Proteinaufbau zu kommen. Und wenn sie dann Proteinsynthese mit Muskelwachstum korrelieren, sehen sie eine ganz starke Korrelation dazwischen. Das stellt ja jetzt die Frage nach der perfekten Frequenz. Also wie oft muss ich dann jetzt einen Muskel trainieren und wie viel Volumen braucht der Muskel dann in dieser Frequenz? Und das sind genau die beiden Faktoren, die dann miteinander spielen müssen, richtig? Ja, es gibt auch eine, es ist nicht eine perfekte Studie, aber eine sehr interessante Studie, eine Lieblingsstudie von mir eigentlich. Sie haben so ein Modell verwendet, in dem jeder Proband hat das eine Bein entweder zwei oder dreimal die Woche trainiert und das andere fünfmal. Bei jeder Trainingseinheit war es drei Sätze bis Muskelversagen. Das heißt, sie haben beide Frequenz und auch Volumen verändert in den verschiedenen Bedingungen. Und am Ende des Tages, am Ende des Trainingprogramms gab es überhaupt keinen Unterschied. Egal, fünfmal, dreimal oder zweimal die Woche. Also durchschnittlich. Und das ist die Absicht von solchen Studien, um herauszufinden, ob können wir dann, also nach deiner Frage, können wir dann im Voraussagen, dass zweimal die Woche besser als fünfmal die Woche ist. Im Allgemeinen. Wenn wir, ich habe einen Kunden und ich sage mal, also wäre es besser zweimal die Woche zu trainieren oder fünfmal. Von dem Durchschnitt, von der Statistik dieser Studie, gab es keinen Unterschied. Und dann, ein paar Jahre später, haben sie die Daten von den Individuen angeschaut. Und dabei haben sie gefunden, und sie haben zwei- und dreimal die Woche zusammengestellt. Also deswegen haben sie zwei- oder dreimal mit fünfmal verglichen. Also bei ungefähr die Hälfte, also ich meine ein Drittel davon, war zwei- oder dreimal besser als fünfmal in der Woche. Und bei einer anderen Düsseldorfer war es umgekehrt. Also fünfmal war es besser als zwei- oder dreimal. Und dann, also bei einem Drittel war es egal. Sie haben auch diejenigen, die richtig sehr gut gewachsen sind. Und dann andere, also praktisch nichts. Es gab einen Probanden da drin, also für ihn, also Krafttraining war nicht dein Ding. Also egal, ob er zwei- oder dreimal oder Fútball in der Woche trainiert hat. Also kein Wurstbewachstum. Wir wissen nicht warum. Es könnte mal sein, dass er überhaupt keinen Bock aufs Training gehabt hatte. Also vielleicht wollte er nur das Geld, also die Lohnung von dem Training kriegen oder was. Es könnte einfach seine Genetik in Bezug auf, wie sein Wachstum, also wie seine Muskeln darauf reagiert haben. Oder es könnte völlig psychologisch sein. Wir wissen es nicht genau. Deswegen können wir nicht sagen, das ist auch ein anderes Thema. Ein anderer Teil sozusagen dieser Frage. Aber wir wissen zumindest davon, dass einige besser von höheren Frequenz und auch Volumen in diesem Fall reagieren werden und umgekehrt. Und von der vorigen Studie wissen wir auch, dass wenn ein Ansatz nicht passt, also höhere Wiederholungen oder höherem Gewicht, dann können wir einen anderen Ansatz finden, was wahrscheinlich funktionieren wird. Also wie immer ist es sehr individuell und it depends. It depends, genau. Ach, so ein Scheiß. Ja, so ein Scheiß. Aber das ist es eben. Also das ist auch dazu psychologischer gesehen. Du kannst dir vorstellen, wenn zum Beispiel, du hast einen Trainer gefunden oder hast einen Trainingspartner gefunden und der ist ein Verrückter. Der trainiert wie der Teufel und das ist überhaupt nicht dein Ding. Oder umgekehrt. Ich habe auch Trainingspartner gesehen oder gehabt, die eigentlich nicht richtig, wie ich, trainieren wollten. Ja, das passt nicht. Also wenn der Trainingsansatz, das Trainingsprogramm nicht richtig für dich ist, dass du keinen Bock drauf hast, also in dieser Art und Weise zu trainieren. Vielleicht, du wirst also kein Kniebeugen machen, also dreimal die Woche oder egal welche Übungen oder Wiederholungen oder was. Dann wird das, das könnte mal also kurzfristig funktionieren, weil der Reiz neu ist. Aber du musst irgendwie einen Antrieb haben, sich zu pushen, also richtig mal vorwärts zu kommen. Das ist am wichtigsten, was ist nachhaltig ist irgendwie. Das heißt, du könntest mal vielleicht das perfekte Programm gefunden haben, also je nach deiner Genetik, ja. Und es gibt eigentlich, ich sehe oftmals Werbung dazu, dass sie eine, die kann, also so behaupten diese Firmen, dass sie irgendwie dich genetisch analysieren könnten. Und dann würden sie mal, also es gibt keine Daten dazu, soviel ich weiß, sowas haben sie nicht. Wir wissen, dass bestimmte Genen sorgen dafür oder damit verbunden sind, dass zum Beispiel jemand dann sehr schnell laufen könnte. Oder was auch immer, aber wir haben keine, von denen ich weiß, wir haben keine Informationen, die sagen, dass wenn du dieses Genprofil hast, dass du dadurch am besten zu diesem Programm reagieren wirst. Das haben wir nicht. Aber sie, auf jeden Fall, verkaufen die diese Analysierung, diese Analyse, wobei, also vielleicht hast du dadurch, also das perfekte Programm, so zu trainieren. Aber wenn du keinen Bock drauf hast, ist es scheißegal, das funktioniert nicht. Also wenn ich jetzt mal zurückgehe zum Programming, das heißt, wenn ich, eigentlich sagt man ja, dass so eine Proteinsynthese aktiviert wird, dann hält die ungefähr so 48 bis 72 Stunden, richtig? Wann dann wieder der nächste Reiz kommen müsste. Ja. Ja. Aber wir haben ja, bitte, bitte. Wäre es demnach nicht sinnvoller zu sagen, man trainiert alle zwei bis drei Tage denselben Muskel? Jetzt auf der anderen Seite machen die ganzen Profis, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, eigentlich eher einen Fünfer-Split, den Bro-Split, wo sie einmal die Woche trainieren. Ja. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich nur eine, Entschuldigung, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nur eine Frage, quasi wie viele Sätze man in der Woche macht, also wie man das Volumen anpasst, dass wenn man einmal die Woche trainiert, hat man halt mehr Volumen, bei zweimal die Woche teilt man das Volumen auf, oder ist es wieder so ein typisches It-Depends? Ist immer It-Depends, also immer praktisch. Aber jeder für sich selbst hat eine bestimmte Dosis-Wirkungskurve, sagen wir mal, in Bezug auf Intensität, also wie hart man sich anstrengt, in Bezug auf Volumen und wahrscheinlich in Bezug auf Frequenz. In Bezug auf Frequenz, wir haben schon diese Geschichte mit Proteinsynthese, also je mehr man trainiert, je trainierter man wird, desto kurzer wird also dieser Zeitraum, währenddessen Proteinsynthese erhöht wird. Also es kann weniger als 24, also zumindest was wir messen können, ist sehr, sehr kurz. Aber wenn wir zum Beispiel Muskelkarte anschauen, das kann vier, fünf, sechs Tage dauern. Wenn wir die Satellitzellen anschauen, wir haben nicht viele Daten darüber, aber dieser Vorgang dauert fünf bis sieben Tagen vielleicht. Deswegen, man setzt einen Reiz und wenn man nicht lang genug wartet, haben wir die Möglichkeit, dass man vielleicht wieder mal den Muskel verletzt und den Reiz quasi zerquetscht oder sich zurücksetzt. Insbesondere, wenn man zu viel macht, aber wenn man die richtige genetische Veranlagung hat, kann man den Reiz setzen und dann setzt man, man sagt den Satellitzellen, also jetzt vorwärts gehen. Und das wird ungefähr eine Woche dauern, könnte eine Woche dauern, vier von Tagen. Und ich glaube, dass, weil die besten Profis wahrscheinlich die beste Veranlagung haben, im Allgemeinen kann man das sagen, glaube ich, die, wenn sie einen Reiz setzen, wenn sie einmal trainieren, setzen sie diesen Vorgang in Schwung mit den Satellitzellen und der dauert ungefähr eine Woche. Deswegen ist es logisch, eine Woche zu warten. Aber wenn man nicht genetisch begabt ist, vielleicht ist es vernünftiger, ein bisschen einen kleineren Reiz zu haben, aber frequenter in der Woche zu trainieren, dass man Wachstumsfaktoren erhöhen kann. Also nicht so eine starke Verletzung haben, weil wenn man zwei Tage später trainieren will, dann funktioniert das nicht. Man braucht ein bisschen Zeit. Und das ist das Schwierige, wenn man nicht richtig genetisch begabt ist. Ich sage immer, das sage ich auch in diesem Vortrag, guck mal an, also such mal den aus, der den gleichen Weg, wie du, dem gleichen Weg, wie du gefolgt ist. Zum Beispiel, wenn Phil Heath, das ist das beste Beispiel, also The Gift, also der hat die Gabe für Muskelwachstum. Und man kann sein Training sehr oft dafür kritisieren, dass er nicht sehr hart trainiert hatte. Das musste er nicht machen. Seine Veranlagung war einfach zu trainieren und dann wachsen die Muskeln von Haus aus. Aber die meisten von uns, wir müssen eigentlich unsere Genetik ausdrücken, irgendwie dieses Wachstum rausquetschen. Und die richtige Menge von Reiz und Frequenz und vielleicht warten. Es könnte mal sein, dass man nur einen sehr kleinen Fortschritt machen kann, weil man nur einmal die Woche trainieren kann. Und dann muss man warten und hoffen, dass, wenn Hypertrophie durch die eine Trainingseinheit erzeugt wurde, dass man im Laufe der Woche nicht dann wieder atrophiert und zurückgeht. Aber wenn man zu schnell und zu oft trainiert, dann geht man auch rückwärts. Und darum geht es. Das ist ja dieser Sweet Spot, den jeder für sich selber herausfinden muss. Ja, bei jedem Muskel wahrscheinlich. Ja, stimmt. Und dann haben wir auch die Geschichte, dass man den ganzen Körper trainieren muss. Und das ZNS ist auch limitiert. Ja, unser Immunsystem ist auch limitiert. Und also die Muskeln können wahrscheinlich besser wachsen, als wir das erzeugen können durch normales Training. Ja. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Aber bei jedem muss man einfach seinen eigenen richtigen Weg finden. Praktisch für jeden Muskel. Ja. Aber Muskelkater ist ja jetzt kein Indiz für Hypertrophie. Es ist ein Indiz dafür, dass der Muskel überlastet worden ist vielleicht, aber jetzt nicht. Du kannst auch wachsen, ohne Muskelkater zu haben, richtig? Das stimmt. Das stimmt. Ja. Mein guter Freund John Meadows, der leider gestorben ist, der hat gesagt, als er am besten gewachsen ist, dass er praktisch nie Muskelkater hatte. Ja. Und zu der Zeit hat er auch sich sehr, sehr gut ernährt. Ja. Er hat zum ersten Mal richtig Inter-Workout-Nutrition verwendet. Also ein Rundumstraining, was für einige sehr, sehr erfolgreich sein kann. Das ist auch meine Erfahrung gewesen. Und wir haben auch dazu, und die meisten, also ich höre immer noch dieses, es ist quasi ein Märchen, dass man muss nur so trainieren und dann kann man nur dadurch Muskelwachstum erzeugen. Aber die Ernährung ist wahrscheinlich für viele wichtiger als das Training, in einigen Fällen. Also zumindest nachdem man ein bisschen fortgeschritten ist. Wir brauchen die Energie dazu. Und quasi in 99 Prozent der Studien haben sie, sie kommen praktisch nicht um Ernährung bei den Probanden. Sie lassen das einfach raus. Sie nehmen an, was eine gute Annahme ist, dass das in beiden Gruppen, in allen Gruppen gleich sein wird. Ja. Und sie hoffen, sie können so einen Tagesbruch machen, aber es funktioniert meistens bei den Probanden. Sie hoffen, dass das nicht verändert wird. Ja. Aber um richtig mal, insbesondere wenn man kein Anfänger ist, Muskelwachstum zu erzeugen, braucht man die Energie. Man braucht Protein, Eiweiß, aber die Energie ist ganz, ganz wichtig. Und jeder fortgeschrittene Bodybuilder weiß das schon. Das funktioniert überhaupt nicht. Es könnte mal sein, dass man also einen sehr guten Reiz gesetzt hat bei jeder Trainingseinheit, aber die Ernährung einfach nicht ausreicht. Das ist eine ganz große Möglichkeit bei vielen. Und das ist nicht angenehm, also wenn man schwer geworden ist, immer noch fressen zu müssen. Ja. Und du hast auch ganz viele andere Entzündungen dann im Darm und alles, was dich limitiert. Ja. Ja, das stimmt. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn du einen Reiz gesetzt hast. Jetzt ist jetzt auch mal die Frage, wann ist der Reiz denn gesetzt? Wann ist genug? Oder wie setze ich überhaupt einen Reiz? Ich mag mal ganz kurz meine Vermutung äußern. Ich glaube, der Brad Schoenefeld hat gesagt, dass im Prinzip die letzten Wiederholungen vor dem Muskelversagen, dass das die wichtigen sind, die Effective Raps. Jetzt ist es egal, ob dein Satz fünf Wiederholungen lang ist oder 30 Wiederholungen lang ist, solange du ins Muskelversagen kommst und am Ende eine möglichst hohe Anzahl an Effective Raps gesammelt hast. Und irgendwann reicht es, dann ist der Reiz gesetzt und dann musst du auch nicht weiter trainieren, weil dann machst du nur, dann gräbst du dich noch tiefer in ein Loch, was du nicht mehr regenerieren kannst. Genau. Habe ich das richtig verstanden oder ist das jetzt ein fette Schwachsinn? Ja, nein, nein, das ist sehr gut erklärt. Okay. Also das ist die Perspektive von dem Satz. Ja. Also wir haben auch diese Dosis-Wirkungskurve. Zum Beispiel für mich wäre es, also sagen wir mal, dass, also ich brauche, um den perfekten Reiz zu setzen, fünf Sätze. Das heißt, ich mache einen Satz, dabei habe ich vielleicht einen kleinen Reiz, aber weil ich zu fortgeschritten bin, das funktioniert nicht, dass ich vorwärts dadurch kommen kann. Fünf Sätze pro Übung oder fünf Sätze für eine Muskelgruppe? Für eine Muskelgruppe in einer Trainingseinheit, sagen wir mal. Ja, für Brust. Okay. Aber ich könnte einen Satz machen und wenn ich fünf von diesen Sätzen machen würde, würde das ein Reiz sein. Ein Reiz sein. Aber ein Satz reicht nicht. Zwei reichen auch nicht. Drei nicht. Vier vielleicht sogar. Oder fünf. Bei jemandem, der genetisch begabt ist, könnte man diese Sätze alle, also zwei oder drei Wiederholungen weg von Versagen sein. Das heißt, also acht Wiederholungen mit einem Gewicht, was eigentlich man zehn Wiederholungen machen könnte. Bei mir oder bei jemandem anders könnte es auch sein, dass sie jeden Satz bis zum Muskelversagen bringen müssen. Das kommt davon. Also ich vermute, meiner Meinung nach ist es eben, wenn man Anfänger ist, und das hört man oft, man kann mit Volumen Anstrengung ersetzen. Ja. Das stimmt eben. Man könnte also, sagen wir mal, zehn Sätze machen und zwei oder drei Wiederholungen vor Muskelversagen bei jedem Satz aufhören. Und dann sammelt man quasi diese effektiven Wiederholungen dadurch. Oder man, also sagen wir mal, dass man kriegt dadurch zehn effektive Wiederholungen mit zehn Sätzen. Zehn Sätzen. Andererseits, man macht fünf Sätze und bis zum Muskelversagen. Und man kriegt bei jedem Satz zwei effektive Wiederholungen. Sind sie gleich? Vielleicht, vielleicht nicht. Kommt davon. Wir haben diese Studie zum Beispiel. Und in dieser Studie haben sie, haben, also angeblich hat jeder Proband bis auf Muskelversagen trainiert. Angeblich. So war es. Angeblich, ja. Ob das funktioniert? Wahrscheinlich nicht. Wir haben auch andere Studien, die nachgewiesen haben, dass die meisten das einfach nicht machen können. Und also schau mal rum im Fitnessstudio. Man sieht praktisch niemanden, der richtig bis zum Tod trainiert. Ja. Also wie Roman Fritz zum Beispiel. Es gibt ausreichende Videos von ihm, wie er trainiert. Also wenn man von den Augen blutet, dann ist man vielleicht bei Muskelversagen. Aber die meisten, sie wollen das einfach. Es ist völlig unangenehm. Man muss ein bisschen, also bescheuert sein, um so hart trainieren zu wollen eigentlich, glaube ich. Aber für jemand, der schon mal fortgeschritten ist, ist es womöglich der Fall, dass er so hart trainieren muss, um vorwärts zu kommen. Weil was eigentlich effektiv ist bei jedem Satz, ist wahrscheinlich anders, wenn man fortgeschritten ist, als wenn man Anfänger ist. Wenn man anfängt, also einfach ein bisschen mal mit dem Gewicht rumzuspielen, reicht, vorwärts zu kommen. Ja, man muss nicht bis zum richtigen Muskelversagen kommen. Aber wenn man fortgeschritten ist, dann gibt es eigentlich keinen Reiz, wenn man zwei oder drei Wiederholungen vor Muskelversagen aufhört. Bei jedem Satz. Das reicht nicht. Das ist nicht genug. Und auch nicht, wenn man dann statt fünf, sieben oder acht Sätze macht. Das ist das Problem. Man muss sich auch davon erholen können. Ja. Dabei ist es sehr schwierig, je fortgeschritten man geworden ist, einen Reiz zu setzen, von dem man sich erholen kann. Und was ich gesehen habe, zum Beispiel mit Brandon Curry, der war Gast bei meinem Podcast. Und der hat mal erklärt, da bei Oxygen Gym, es gibt viele Bodybuilder, die da reinkommen. Und sie haben praktisch nur einen Ansatz, den sie mit den meisten Bodybuilder da verwenden, mit hohem Volumen zu trainieren. Hart zu trainieren, mit hohem Volumen. Ja. Und es gibt bestimmt einige Bodybuilder, die vielleicht, wenn sie weniger Sätze gemacht hätten, vorwärts gekommen wären. Aber sie haben nur diesen einen Ansatz. Und sie können sich nicht davon erholen. Und nur diejenigen, die dadurch, die das erleben können, kommen vorwärts. Ja. So, zurück zum Thema für den normalen Menschen. Denn er zum Beispiel fortgeschritten geworden ist und er will einen Reiz setzen, muss er hart trainieren. Ich nehme an, das ist so meine Aussicht. Und, aber er muss auch davon, immer auch davon erholen, sich erholen können. Und wenn das nicht passiert, dann hat man so ein kleines Fenster dabei, um einen Reiz zu setzen, weil eigentlich ein Reiz ist. Und auch sich davon erholen zu können. Wenn man, man könnte schon mehrere Sätze machen. Also ich wünsche nur, dass es einfach nur um harte Arbeit gäbe. Dann würde ich also 100 Sätze machen. Ich liebe das Training. Ja. Das wäre wunderschön. Aber ich kann mich überhaupt nicht davon erholen. Und die besten Bodybuilder, die meisten, die trainieren mit hohem Volumen. Also Ronnie Coleman ist das beste Beispiel davon. Also er zum ersten Mal, ich erinnere mich an die Interviews, als er zum ersten Mal Mr. Olympiker geworden ist. Die anderen Profis, sie haben ihn überhaupt nicht gesehen. Sie haben nicht gedacht, dass er das machen würde. Er war, also im vorigen Jahr war er ein Zehnter oder sowas beim Olympiker, glaube ich. Und dann hat er gewonnen. Und King Kamali zum Beispiel hat mal gesagt, also wir haben mal gesehen, also wie hat er das geschafft? Was ist passiert? Es gab wahrscheinlich einige Dinge, die eingesetzt wurden. Aber wie er trainiert, also sechs Mal die Woche, Legs Push Pull, also mit hohem Volumen auch. Und so hart wie er trainiert. Also viele Bodybuilder, die waren die besten Profis der Welt. Sie haben diesen Ansatz ausprobiert. Doreen Yates aber nicht. Doreen Yates aber nicht, genau. Aber viele haben das versucht, was Ronnie gemacht. Sie haben das nicht, sie können es nicht machen. Sie können sich nicht davon erholen. Ja. Meine Frage ist jetzt nur, wenn jetzt ein Fortgeschrittener, der, nehmen wir einen Fortgeschrittenen, sagt, er möchte halt möglichst viel Fortschritt machen, möglichst Hypertrophie erreichen. Aber er schafft es jetzt vom Kopf nicht, in der Hypertrophie bis ins Muskelversagen zu kommen. Ja. Also er schafft es nicht, diese letzten zwei Wiederholungen, weil er immer ein, zwei Wiederholungen voraufhört. Nee, er trainiert nicht wie Roman Fritz. Okay. Würde es dann für diese Person besser sein, statt ein oder zwei Sätzen wie im HIT-System, vielleicht drei oder vier Sätze zu machen, aber immer halt zwei Wiederholungen in Reserve zu haben? Unbedingt, ja. Also könnte er trotzdem dieselbe Hypertrophie erreichen wie jemand, der in jedem Satz ins Muskelversagen trainiert, aber dafür weniger? Das ist die Frage. Also wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass die meisten Menschen in diesem Zustand, sie werden irgendwie einen Weg finden müssen, einen besseren Reiz zu setzen. Und der einfachste Weg ist einfach, harte zu trainieren. Aber es gibt andere Lösungen dazu. Es könnte mal sein, vielleicht hat er also keine gute Mind-Muscle-Connection. Vielleicht müsste er irgendwie diese Fähigkeit aufbauen. Und man kann das, wenn man ein trainiertes Auge hat, sozusagen, kann man sehen, ob man das gut machen kann. Also bei einigen, zum Beispiel bei Ronny, obwohl man, der hat einfach schwer und falsch trainiert. Aber ich merke bei ihm, ich habe mal gesehen, zum Beispiel bei den Rudern, er hat eigentlich seinen Rücken sehr gut getroffen. Er hat viel Schwung gemacht, also mit den Beinen und so weiter, aber er wusste auch, wie er seinen Rücken anspannen sollte während des Satzes. Deswegen, es könnte mal sein, okay, es geht nicht unbedingt, also in diesem Beispiel, der will, der kann überhaupt nicht harte trainieren. Das ist keine Möglichkeit. Deswegen, ich würde mal sagen, zuerst mal ein Mind-Muscle-Connection entwickeln und auch dazu die richtigen Übungen finden. Es könnte mal sein, dass Rudern, also funktioniert nicht, also normales Rudern mit der Stange, sozusagen, das geht nicht. Es könnte mal sein, obwohl ich nicht, also im Allgemeinen ein großer Verfächter davon, also mit der Einarme, also Rudern, also irgendwas, also sehr, ja, das sieht man so oft. Ich glaube, das ist, für viele Menschen ist das irgendwie so ein Weg, ist es ein Weg, also die Übungen leichter zu machen. Und das ist meistens ein Fehler, glaube ich. Hartes Training, meiner Meinung nach, ist der Weg zum Erfolg für viele, aber intelligentes Training ist auch sehr wichtig. In diesem Fall rede ich von intelligentem Training. Und vielleicht ist es eben, dass er einfach nicht, sagen wir mal, Rudern ist ein gutes Beispiel, er weiß nicht, wie er seinen Rudern treffen soll. Man kann den Rudern nicht im Spiegel sehen und er muss die richtige Übung finden. Es könnte mal auch sein, dass seine Erholung sehr, sehr schlecht ist. Es könnte mal sein, ich würde auch danach fragen, also insbesondere, wenn man schon fortgeschritten ist, wieso, was seine Einstellung ist, dass er nicht auf Muskelversagen kommen will. Also hat er Angst davor? Ja, wir kennen das ja aus dem Fitnessstudio. Viele sagen, sie trainieren hart, aber im Endeffekt sind immer noch ein, zwei Wiederholungen mehr drin, bei den meisten. Ja, ja. Und meine Frage ist jetzt halt nur, bei solchen Leuten, die sagen, sie trainieren schon hart, sollte man dann irgendwie sagen, versuch lieber in ein, zwei Sätzen wirklich bis zum Muskelversagen zu kommen, auch wenn es vielleicht für dich Überwindung ist? Oder bleibst du, mach so, wie du trainierst, aber trainiere dafür mehr Sätze. Wird das am Ende des Tages bei beiden Modellen den gleichen Zurück in Muskulatur geben? Oder ist jetzt das PIT-System dem Volumensystem überlegen? Ich würde schätzen, dass es unterschiedlich ist. Wieder von individuell, wie wir schon gesagt haben, ne? Genau, genau. Auch ein anderer Ansatz ist, also wir reden von Muskelversagen, effektiver Gehlung und so weiter. Viele Leute, sie verwenden kein Logbuch. Ja, das ist old school. Ja, muss man nicht unbedingt machen. Aber, also bist du mit DC Training vertraut? Ja. Wildcrap Training? Ja. Man verwendet ein Tagesbuch, ein Logbuch dabei. Und wenn man, also gerade vor den Augen, dieses Ziel hat, also das Logbuch schaut dich an und sagt, ja, ich scheiße auf dich, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht schaffen. Also kannst du mich verbessern? Wenn man das vor sich hat, dann damit kommt, auch, es kommt auch damit, dass man näher an Muskelversagen kommen kann, ja? Und für einige ist es eben, also jetzt, also das letzte Mal habe ich, also 100 Kilo zehnmal geschafft. Mein Ziel für heute ist zwölfmal, dass ich das nächste Mal das Gewicht erhöhen kann. Und, sag mal, man denkt nicht in diesem Fall an Muskelversagen. Man denkt mal an, erstens, die richtigen Ausführungen, dass man nicht irgendwie schimmelt und dann, dass man falsch trainiert. Das kann problematisch sein, aber es ist nicht, es ist nicht immer, es ist nicht immer so schlecht, richtig sich anzustrengen, wenn man ab und zu mal, wenn man nicht verlässt wird, wenn man ab und zu mal so ein bisschen Verfälschung dabei hat, sozusagen, ist es in Ordnung. Dann kommt man, man kriegt man, also elf oder zwölf Wiederholungen. Und wenn immer noch diese Kröte, sozusagen, vor der Nase hält, es führt dazu, dass man immer noch harte trainieren muss. Man denkt nicht daran, also, obwohl ich das eigentlich mache, ich weiß, je schmerzhafter der Satz, desto besser, also im Allgemeinen ich. Und das ist eine Einstellung, was für mich gut funktioniert. Wenn das schmerzt, ist das wahrscheinlich ein gutes Ding. Und das hilft dabei, dass ich nicht vor Schmerzen furchte, dass ich verlange, Schmerzen zu erleben. Eigentlich, ich will das haben, weil ich weiß, dass dann ich einen guten Reiz gesetzt habe. Aber wenn man denkt daran, okay, ich will mehrere Wiederholungen machen, ja, und das ist das. Man denkt, es ist immer so kritisch, je nach der Person, externe Motivierung zu haben und so drinnen zu denken und draußen zu denken. Ja, wir haben zwei Einstellungen. Ich denke an, wie die Muskeln funktionieren, was sehr, sehr wichtig für Bodybuilding ist, unbedingt. Ich muss mal, also, wenn ich Beindrücken mache oder, sagen wir mal, Kniebeugen. Ich will nicht meinen Rücken trainieren, ich will meine Beine trainieren. Also, und man kann also Kniebeugen in verschiedenen Arten und Weisen machen. Also, man muss die Ausführung richtig machen. Das ist also drinnen, darüber zu denken. Aber auch, man kann auch denken, jetzt will ich diese Wiederholung machen können. Das ist auch ein Ziel von mir. Also, beide gleichzeitig so aufrecht zu erhalten, kann ein Geheimnis für einige sein, die nicht unbedingt daran denken wollen, ich traine bis auf Muskelversagen. Weil man kann sich selber in diesem Fall auch verarschen, glaube ich. Das machen viele Leute. Sie überdenken das Ding eigentlich. Sie denken, also Muskelversagen, Muskelversagen, Muskelversagen. Und dann machen sie Muskelversagen nach. Und man sieht das, also, man kann das, ich höre oft aus bei Instagram, sie machen Wiederholungen und dann, sie wissen, also, ich muss ein bisschen langsamer gehen, um zu weisen, dass sie Muskelversagen erreicht haben. Und dann, okay. Und das haben sie nicht richtig gemacht. Oder sie limitieren sich schon vor und sagen, ich mache jetzt zwölf Wiederholungen und dann wird die zwölfte schon wirklich so schwer. Das auch, das auch. Also, wie man im Kopf das voraus plant, ist sehr, sehr wichtig. Man kann sich den ganzen Satz vorstellen, bevor man den Satz gemacht hat. Das mache ich oftmals, das habe ich oftmals gemacht. Ich setze da, und es gibt auch dazu einige Studien, wobei sie einfach nur, die Probanden nur einfach geistig trainiert haben. Ja. Sie haben sich nur die Sätze, die Ausführungen geistig vorgestellt. Und dadurch sind sie stärker geworden. Ja. Und es gibt zwei Modellen, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und also, die Eigenschaften von beiden sind, dass je mehr alle die Umstände man sich vorstellen kann, desto besser funktioniert dieser Ansatz von, wie heißen das auf Deutsch, Imagery. Also, wenn man sieht. Vorstellung? Vorstellung, ja. Ja, genau. Und das mache ich oftmals. Also, wenn, also, Kniebeugen ist ein gutes Beispiel. Oder, also, mit schwerem Gewicht ist am besten. Und man will unbedingt, sag mal, zehn Wiederholungen machen. Und das wird schmerzhaft sein. Man weiß das schon. Aber man kann im Voraus alles im Gehirn ablaufen lassen. Das heißt, ich stelle mir vor, wie das, also, wenn man zum ersten Mal die Stange aufhebt, wie schwer das ist, ja. Das, das schlechteste Dinge, was passieren kann, ist, man hebt mal auf und sagt, ach du Scheiße, was soll das? Das war ein Fehler. Das will man überhaupt nicht bei so einem Satz. Und man stellt sich das vor. Man, dann stellt man vor, also, wie die erste, wie die erste Wiederholung sich anfühlt. Und dann zwei, drei, vier, jetzt wird es schwer. Und dass man die richtige Einstellung hat während des Satzes. Und dann stellt man sich vor, also, bei der achten Wiederholung. Jetzt, jetzt geht's los. Jetzt mache ich das, was ich machen will. Und nachdem man das schon mal gemacht hat, ist diese, diese Furcht davor, diese Nervosität, man hat das schon einmal gemacht. Und jetzt muss man das schon einmal wieder machen. Das ist schon mal erledigt. Und dann macht man das eben. Man kann das also bei jedem Satz machen. Aber nicht, wenn man mit dem Handy rumspielt während des Trainings. Und zum Beispiel. Perfekt. Das ist, glaube ich, eine richtig coole Message, die ich mal ein paar mitnehmen sollte. Und ich auch persönlich, so was viel, viel mehr, ja, vorbereiten kann auf so einen Satz. Und das, was man schon mal gemacht hat, macht dann keine Angst. Du hast recht. Ja, 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 ja. Ich will noch mal ganz kurz zurück zur Studie von Brad Schoenefeld kommen. So als letzte Frage, bevor wir auf dem Fortitude-Training zu sprechen kommen. Okay. Er hat ja gesagt, dass es eigentlich egal ist, ob man jetzt 20, 25 oder 10 Wiederholungen macht. Wichtig ist, dass man Muskelversagen erreicht. Jetzt ist beim einen logischerweise die mechanische Last viel höher. Also wenn ich 10 Wiederholungen mache, wird das Gewicht schwerer sein, als wenn ich 25 Wiederholungen mache. Ist es jetzt wirklich egal, ob ich bei 10 Wiederholungen ins Muskelversagen komme oder bei 25 Wiederholungen ins Versagen komme? Oder hat das eine halt dann doch durch die mechanische Last einen besseren Reiz und das andere durch den metabolischen Output einen höheren Reiz auf die Mypotrophie? Oder ist das wie immer sehr individuell? Also das Ergebnis dieser vorher erwähnten Studie, wo die eine Gruppe, sie haben das also entweder mit schwerem Gewicht oder mit leichtem Gewicht trainiert. Ja. Einige war es besser, mit schwerem Gewicht zu trainieren. Für andere war das andere besser. Das ist das eben. Es gibt jetzt vier, sogar vielleicht fünf Studien, wo sie diesen Vergleich gemacht haben. Also allgemein durchschnittlich sieht man keinen Unterschied. Es ist wahrscheinlich ein bisschen wichtiger, mit leichterem Gewicht bis auf Muskelversagen zu trainieren. Wichtiger? Nicht unbedingt. Ja, vielleicht. Echt? Ich hätte gedacht, dass das schwere Gewicht wichtiger ist. Die Studien sagen das nicht. Okay. Das Interessante dabei ist, wir können nicht genau sagen, inwiefern diese Probanden eigentlich bis zum Muskelversagen trainieren können. Wahrscheinlich ist es auch leichter, mit einem leichten Gewicht ins Muskelversagen zu kommen, als mit einem schweren Gewicht. Weil beim schweren Gewicht vielleicht früher die Angst kommt, dass man sich verletzen könnte. Ja, aber mit Anfängen, sie können nicht ein richtig schweres Gewicht verwenden. Ja, verstehe. Ja, und es kommt also, wenn man also Beinstrecke macht. Ja. Man hat keine Furcht, aber Kniebeugen ist was anderes. Ja. Je nachdem, es kommt darauf an. Ich würde mal sagen dazu, also die Persönlichkeit des Menschen oder was man am liebsten hat, ist wahrscheinlich genauso wichtig wie jeder Ansatz. Und bei dieser Studie, wobei einige am besten mit höherem Gewicht, andere mit leichtem Gewicht Erfolg gehabt haben, wir wissen nicht, warum das war. Es könnte mal sein, wie du schon gesagt hast, einige sagen, also das Schwergewicht, das habe ich nicht gern. Und die anderen sagen, also das ist kein Problem, ich gehe mit dem Muskelversagen. Einige Leute, sie können, sie machen Beinstrecke und sie merken, sie wissen nicht, welche Muskel, sie können das nicht merken. Sie haben so, sie haben nicht das Körperbewusstsein, um das zu merken. Deswegen ist es wahrscheinlich wichtiger, den Ansatz zu finden, was man am liebsten hat und wobei man vorwärts kommen kann. Ich würde mal sagen, das passiert in allen Studien praktisch. Sie sorgen dafür, dass Progressive Overload benutzt wird. Das sehen wir oft, das sehen wir immer, meine ich. Und das ist ein Ding, was viele Leute nicht machen, also nicht akribisch zumindest. Sie gehen mal rein, also sie machen, sie zählen vielleicht, also effektive Wiederholungen und so weiter und sie merken nicht, welches Gewicht sie verwenden. Und das machen sie in den Studien. Interessanterweise, es gibt einige Studien, wo sie effektive Wiederholungen gemacht haben. Sie haben mit Absicht gesagt, also bis zwei oder drei Wiederholungen kurz vor Muskelversagen aufhören. Aber bei den meisten gehen sie zu Muskelversagen. Und ich stimme zu mit Brad. Dass Muskelversagen also wichtig ist. Und wir haben also eigentlich mit fortgeschrittenen Athleten, ihr redet wahrscheinlich von dieser Meta-Analyse, dass fortgeschrittene Athleten am besten mit Muskelversagen vorwärts kommen können. Das ist das Wichtigste. Aber ob es leichtes Gewicht oder schweres Gewicht ist, das ist unterschiedlich. Um sicher zu gehen, könnte man ja jetzt beide Wiederholungsbereiche sozusagen kombinieren. Wie zum Beispiel, dass der Neil Hill gemacht hat mit seinem Y3T. Mal eine Woche schwer, eine Woche leichter, eine Woche mit Intensitätstechniken. Wie hast denn du dein Fortitude-Training aufgebaut für bestmöglichen Muskelwachstum? Und wie kamst du darauf? Genau mit diesem Ansatz eigentlich. Also ich habe drei Wiederholungsbereiche eigentlich da drin. Vielleicht magst du mal ganz kurz für die, die Fortitude nicht kennen, einmal kurz erklären, wie ist Fortitude aufgebaut? Fortitude-Training ist quasi ein Rezept, was ich mit verschiedenen Zutaten, mit verschiedenen Prinzipien aufgebaut habe, sozusagen. Dies sind Dinge, die ich erfahrungsmäßig zusammengebracht habe und auch durch die Wissenschaft zusammengebracht habe. Progressive Overload ist ganz wichtig. Zu der Zeit, als ich Fortitude-Training aus dem Grattsbuch geschrieben hatte, gab es diese Studien, die ich erwähnt habe, noch nicht. Aber ich wusste schon, dass bei verschiedenen Muskeln ist es besser, mit leichterem Gewicht zu trainieren und umgekehrt. Deswegen habe ich da drin, ich nenne die Set-Types, Set-Typen, Loading-Sets, Ladungssätze, Cluster-Sets, Muscle-Rounds, Muskelrunde und dann Pump-Sätze. Also die sind so ungefähr zwischen sechs und zwölf Wiederholungen. Ungefähr 15, also mit einem Gewicht, was man 15 Wiederholungen machen könnte, aber das ist ein Cluster-Set, also ein unterbrochener Satz. Und dann Pump-Sätze sind mit höheren Wiederholungen. Aber da drin gibt es die Möglichkeit, den Satz auf verschiedene Arten und Weise auszuführen. Und ganz kurz, deine Loading-Sätze sind in welchem Wiederholungsbereich? Sechs bis zwölf so ungefähr. Deine Muscle-Rounds sind Gewicht für zehn und dann in Form von drei vor? Man fängt mit einem Gewicht, was man ungefähr 15 Wiederholungen machen könnte. Ja, und wie viele Wiederholungen macht man? Zwischen 20 und 24. Also es ist ein Cluster-Set, so wie ein Rest-Pause-Set. Und zum ersten Mal währt man ein Gewicht und dann macht man vier Wiederholungen und das dauert ungefähr zehn Sekunden. Und dann pausiert man entweder für zehn Sekunden mit der Uhr oder man atmet fünfmal. Je nachdem, was am vernünftigsten wäre. Dann nochmal vier Wiederholungen, vier Wiederholungen. Das Gewicht so gewählt sein, dass man in dem vierten Satz oder fünften oder sechsten Satz auf Muskelversagen ankommt. Und wenn man einmal Versagen erreicht hatte, dann bringt man das Gewicht runter, dass man die übrigen Sätze der Muskelrunde ohne Muskelversagen machen kann. Und das sind insgesamt sechs Runden in diesem Cluster? Sechs Runden. Es könnte mal sein, dass man bis, also man macht vier Wiederholungen im letzten Satz und dann fünf und sechs, man geht dann also bis acht Wiederholungen, sag mal. Das heißt, das Gewicht ist wahrscheinlich ein bisschen zu leicht. Wenn man im dritten Satz Versagen erreicht, hat man wahrscheinlich das Gewicht zu schwer ausgewählt. Okay. Und deine Pump-Sätze am Ende sind dann Richtung 20 Wiederholungen oder? Umzehn, zwanzig bis auf dreißig. Okay. Und die können ganz unterschiedlich ausgeführt werden. Also teilweise Wiederholungen machen, also kurze Wiederholungen machen, volle Wiederholungen machen, volle Wiederholungen mit einer hauben Wiederholung. Inzwischen in Fedora, ich komme darauf an. Zum Beispiel haben wir jetzt dieses Thema Training in der gedehnten Position. Ich habe gerade nur letzte Woche einen Podcast drüber gedreht mit Marc Drossel. Das ist schon rausgekommen. Und zum Beispiel, wenn man glaubt, dass vielleicht habe ich diese gedehnte Position bei irgendwelchen Muskeln vernachlässigt, könnte man Pump-Sätze so machen, dass man richtig darauf fokussiert ist. Das heißt, man macht eine Folge, eine komplette Wiederholung und dann eine halbe Wiederholung in der gedehnten Position und dann also so durch den Satz gehen. Und es kommt davon, Pump-Sätze sind autoreguliert in Bezug auf, wie sie ausgeführt werden. Man kann, also wenn man einen Bock drauf hat, kann man richtig wahnsinnig gehen. Also bis, also richtig krass, also nur, also das Gewicht so lange wie möglich aushalten. Ja, oder einfach, also einen Satz mit 24 Hohle machen, wenn man an diesem Tag vielleicht ein bisschen müde ist. Je nachdem, man kann also besondere Übungen auswählen, die ein bisschen komisch sind, vielleicht also die man selbst erfunden hat, aber die sehr gut den Muskel treffen kann, je nach der Mechanik der Person. Und die sind, also sie erlauben, dass man richtig das Programm für sich selbst einrichten kann und direkt auch für die Besonderheiten der Person das Programm, die Eigenschaften des Programms einrichten kann. Es ist, es erlaubt das, was man in den meisten Programmen nicht sieht. Also oftmals ist die Leute, die Leute, sie wollen das, also einfach sagen wir, was sie machen sollen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, also Bodybuilder sind nicht dumm, also einige schon, einige nicht, aber wir haben auch diese Weisheit sozusagen, dass wir wissen, also diese Übung bringt mir nichts, das funktioniert nicht. Aber wenn ich das, diese Übung mache oder ich das mache, das ist besser für mich. Und wenn ich, wenn ich zum Beispiel, es gibt ein Gerät in meiner Fitnessstudie, was ich rieche, was sehr krass meinen Rücken trifft, ja. Insbesondere, wenn ich tief drin in der Wiederholung bin und das ist ein wunderschönes Gefühl, ich will dabei bleiben. Und man kann, man könnte einen ganzen Satz nur mit halben Wiederholungen ausführen. Das wäre völlig in Ordnung, wenn das dir was bringt. Und deswegen habe ich das absichtlich ins Programm eingebaut. Einige Leute, sie wollen, also das ist so viel, ich will nicht so viel denken, also zumindest bei diesen Punktsätzen haben sie dann die Möglichkeit, mit höheren Wiederholungen Sätze zu machen, was vielleicht für sie sehr erfolgreich sein könnte. Es könnte mal sein, dass jemand sagt, okay, schweres Gewicht funktioniert nicht bei mir. Aber ich habe immer noch diese Loading Sätze da drin, die normalerweise mit schwerem Gewicht ausgeführt sein sollten. Kein Problem. Dann kann man die Sätze mit 10, 11, 12 Wiederholungen ausführen. Das ist nicht außerordentlich. Also nur bei 12 bleiben, so ungefähr. Das ist immer ein bisschen schwerer. Ich würde was sagen, dass das für die Mehrheit der Menschen was bringen wird. Aber man könnte alle von den Sätzen so einstellen, dass man mit leichterem Gewicht trainiert. Zum Beispiel mit diesen Muscle Rounds. Man könnte ein Gewicht wählen, wobei man immer im sechsten Satz Muskelversagen reicht. So könnte man das also beim ganzen Programm machen. Oder man könnte zum Beispiel für eine Periode schwer trainieren, also für sechs Wochen schwer trainieren und dass also die nächste Runde für die nächsten zwei Monate leicht trainieren, sozusagen, aber immer noch gleich. Und dann vielleicht das nächste Mal bei den Loading Sets sehr schnell trainieren, also sechs Wiederholungen. Und dann bei den Pump Sätze anders trainieren, mit leichtem Gewicht und sehr außerordentliche Dinge machen. Also besteht bei dir dann in einem Fortitude Training jedes Training aus Loading Sets, Muscle Rounds und Pump Sets? Nein, nein. Eigentlich ist es nicht so kompliziert eingelogt, sondern so, wie soll ich das tun? Man trainiert, also es gibt verschiedene Programme eigentlich. Man trainiert also durchschnittlich drei oder viermal in der Woche, jede Muskelgruppe. Man trainiert entweder Loading Sets, Muscle Rounds oder Pump Sets einmal in einem Training. Also man verwendet einen Setstyp in einer Trainingseinheit, also aber nicht alle. Ah, okay. Ja. Das heißt, du hast jetzt meinetwegen einen Vierersplit mit Beine, Brust, Schulter und Rücken, Arme, nur als Beispiel. Nein. Nein? Okay, erzähl, erzähl. Nein, 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 genau. Also zum Beispiel Montag würde man Loading Sets für Beine machen und dann Pump Sets für den Oberkörper machen. Ah. Und dann kommt man zurück Mittwoch, also Tag zwei sozusagen, und man macht das umgekehrt. Also Loading Sets für den Oberkörper und dann Beine, Pump Sets. Okay. Und dann Freitag und Samstag würde man den ganzen Tag, also Unterkörper und dann Oberkörper, Freitag und Samstag trainieren mit den Muskelrunden dadurch. Das heißt, man trainiert den ganzen Körper dreimal die Woche. Alles klar. Das ist, ja. Und man denkt, Beine dreimal die Woche? Bist du besteuert? Was soll denn das, ja? Kann man tun, solange das Volumen nicht so hoch ist. Deswegen habe ich bei Fortitude Training drei Niveaus, drei Volumenebene gehabt. Das ist alles ausprogrammiert. Und wenn die Erholung nicht gut genug ist, mit dem, mit dem, mit hohem Volumen zu trainieren, dann trainiert man bei, ich nenne das Volume Tier 1, Volume Tier 2 und 3. Und man kann dann einfach wählen, je nach Erholungsmöglichkeiten, Erholungsfähigkeit, wie viel Volumen man verwendet. Das könnte mal sein, zum Beispiel für Beine, dass an Montag man einen Satz Kniebeugen, einen Satz Kniestrücken, einen Satz für den Beinbeuge macht. Okay. Schluss, das wäre es, nur für Montag. Und dann Mittwoch, Pump Sätze für Beine, das könnte zwei Sätze für den Oberschenkel sein, oder drei, Schluss, das ist es. Und dann Freitag, dann drei Muskelrunden insgesamt. Okay, das wäre dann Volume Tier 1? Volume Tier 1. Okay, verstanden. Ja, und Volume Tier 3 wäre ein bisschen mehr. Also ungefähr dreifach so. Und wird das dann bei dir über die Wochen, akkumuliert sich das? Also wird das mehr über die Wochen, oder hast du da keine Periodisierung drin? Es kommt darauf an, wie die Person darauf reagiert. Okay. Ja, ich empfehle das, wenn man damit anfängt, erstmals bei Tier 1, also nicht Tier, also Volume Tier, auf Englisch. Also Volumenebene. Volumenebene, Niveau, genau. Niveau, genau. Und dann vorwärts kommt. Es könnte mal sein, dass man weiß, also nach einem Deload, dass man am Anfang nicht so viel braucht. Wir haben diese Idee von Sensibilität, die ein bisschen höher ist, nachdem man ein bisschen eine Pause gemacht hat. Dass man nicht so viel braucht am Anfang. Dabei könnte man beim Niveau 1 anfangen und dann in der nächsten Woche 2 verwenden. Und wenn das genug ist, dann einfach bei 2 bleiben. Oder noch höher gehen. Einige Leute haben mal gesehen, dass sie können von 1 bis 2 bis 3 gehen. Und dann müssen sie rückwärts gehen. Also müssen sie das Volumen runterbringen, was völlig in Ordnung ist, und dann bei 1 bleiben. Oder vielleicht können sie nur 3 Wochen in einer Reihe trainieren, und dann müssen sie ein Deload machen. So ein Intensive Cruise, wie ich das genannt habe. Jetzt kommen wir auch tatsächlich zum Deload dann. Und zwar hattest du mir dann ja auf die Story geantwortet und hast mir deine Idee von einem Deload erklärt. Magst du das nochmal? Da habe ich nämlich gesagt, Scott, das müssen wir eigentlich im Podcast besprechen, weil das müssen wir hören. Wann macht für dich ein Deload Sinn und wie gestaltest du ihn? Okay, das ist eine Sache der Autoregulierung. Also Coaches, die sich die Athleten eine lange Zeit vertraut haben, sie können eigentlich merken, es gibt, man kann verschiedene physiologische Merkmale erkennen, die sagen, also jetzt brauchst du deinen Deload. Bei Bodybuilder verwenden wir das nicht immer, also Herzschlagfrequenz und so weiter kann man messen, Variabilität des Herzschlags und so weiter. Aber es ist eine Geschicklichkeit, sich autoregulieren zu können, was man im Laufe der Zeit entwickeln kann. Und man kann das merken von dem Gewicht, also wie fühlt das Gewicht an? Wie viel Bock habe ich auf Training? Und mich immer noch vorwärts bei dem Training mit zum Beispiel den Loading-Sätzen ist es eben, man hat das Ziel, bei jedem Training vorwärts zu kommen, entweder mit Wiederholungen oder mit Gewicht. Bei Pump-Sätzen ist es quasi egal. Also man kann das hinschreiben und einfach zu notieren, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Vielleicht, wenn einige Leute, sie wollen, sie sind sehr zielorientiert und sie wollen immer noch jeden Tag das Logbuch verbessern, aber das muss man nicht unbedingt. Aber wenn man merkt, dass man nicht vorwärtskommt im Logbuch oder mit dem Gewicht oder Wiederholungen, das könnte mal sein, dass es eine Zeit für, die Zeit ist, ein Deload zu machen. Das heißt, man kann, also im Grunde am Anfang, man kann nicht genau wissen, wann die richtig gezeigt ist. Also der Zeitpunkt könnte es ganz unterschiedlich sein. Einige können sechs Wochen trainieren, bevor sie einen Deload brauchen, andere drei Wochen. Aber ich habe das so gestaltet, so wie ein Taper, also was Athleten in der Leichtathletik zum Beispiel machen. Ich habe bei DC Training, ich war für einige Jahre eigentlich der offizielle DC Trainer sozusagen für Dante Trudel und der hat das so ausgeplant oder nicht ausgeplant, er sagt also, der Athlet, der Bodybuilder kann machen, was er will. Also einige wollten mal immer noch trainieren, einige hatten überhaupt keinen Bock auf trainieren. Also für zwei Wochen haben sie überhaupt nicht trainiert. Und wenn die Athleten einfach machen könnten, was sie wollten, sie hatten also nichts Bestimmtes, was in einem Deload passieren würde, haben einige davon die Neigung gehabt. Sie haben zu viel gemacht und dann haben sie sich nicht richtig geholt. Und dann andere haben, also sie haben Urlaub gemacht und dann sind sie zurückgekommen und sie haben also Kraft verloren und sie haben dann sechs Wochen gebraucht, um wieder mal an der gleichen Stelle zu kommen, wie sie vorher waren. Und ich wollte dieses Problem irgendwie lösen. Und das habe ich, glaube ich, mit Fortitude Training, in dem ich habe, ich habe gemacht, dass die, ich habe das so eingerichtet, dass Frequenz ein bisschen weniger wird, stattdessen viermal die Woche zu trainieren. Trainieren sie dreimal die Woche oder vielleicht zwei, je nachdem. Und Volumen soll auch runterkommen. Aber sie machen nur diese Muskelrunde und die bedingen, dass man immer noch hart trainieren muss. Aber man kümmert sich nicht darum, also welches Gewicht man benutzt in diesem Fall. Es könnte mal sein, auch die Muskelrunde, man kann die Übung dafür also gefälligst aussuchen. Man macht, was man glaubt, am besten an diesem Tag sich anfühlen wird. Das heißt, die Übungen könnten also regelmäßig ausgeführt werden, indem man versucht, das Gewicht zu erhöhen. Aber es könnte mal sein, dass sie einfach, also jede Trainingseinheit, eine neue Übung auswählen. Und deswegen während dieser Pause verbringen sie ungefähr zwei Drittel davon mit Volumen weniger. Aber die Qualität des Trainings ist immer noch hoch, indem sie hart trainieren. Sie machen nur die Muskelrunde. Also eigentlich wäre es wahrscheinlich besser für die meisten, dass sie neue Übungen ausprobieren. Dann haben sie Bock drauf und sie müssen nicht unbedingt viel trainieren, also weil Volumen weniger ist. Und dann für das letzte Drittel des D-Loads, dann machen sie nichts, also kein Training. Also sie machen eine kurze Reise mit der Familie, einen kurzen Urlaub. Und wenn das richtig funktioniert hat, dann haben sie richtig saugut Bock drauf, wieder mit dem Training anzufangen. Sie wollen richtig losgehen. Und also in den meisten Fällen, wenn die das richtig gemacht hatten, es ist so, es ist eine Kunst quasi zu wissen, wann man den D-Load machen soll. Also den Intensive Cruise, wie ich das genannt habe. Und normalerweise dauert das ungefähr ein Drittel, so lange wie der Blast, wie man vorher durchtrainiert hat. Zum Beispiel, wenn man sechs Wochen trainiert hat, dann braucht man ungefähr zwei Wochen, um diesen D-Load zu machen. Und von diesen zwei Wochen würde dann zwei Drittel einfach Volumen reduziert sein, Spaß, Training, trotzdem intensiv. Und ein Drittel wäre dann wirklich frei. Ja, genau, genau. Das erlaubt auch, wir als Bodybuilder haben die Neigung dazu, dass wir, also das Training ist das ganze Leben. Ja. Und das kann zu viel sein. Und dann muss man, es ist da, man ist, man folgt dem Programm, in dem man nichts macht. Man muss das tun. Und die meisten Athleten, sie haben, das habe ich durch meine Erfahrung als Coach gesehen, dass die meisten Athleten, sie wollen irgendwas finden, um abzulenken. Ja. Ja. Und das ist ein gutes Ding. Dann haben sie irgendwas, sie bleiben immer noch im Kontakt mit dem Rest des Lebens dadurch. Ja. Stimmt. Aber sie haben dadurch Bock, wieder mal mit dem Training anzufangen. Das funktioniert ganz. Und Athleten machen das beim Schwimmen, beim Schwimmen zum Beispiel, bei Leichtathletik, bei vielen Sporten eigentlich. Und sie haben ein paar Tage vor dem Wettkampf, wo sie nichts machen, also sie versuchen vielleicht mal Geschicklichkeiten zu üben. Aber sie wissen, dass eine kurze Zeit zumindest sich auszuruhen und auch, wir haben, es ist ein ganz interessantes Ding, haben einige Studien, also insbesondere eine Studie, die gezeigt hatte, die dieses Phänomen untermauert hatte, dass im Laufe des Trainings baut man sozusagen den Reiz auf und man muss dann weg vom Training kommen, um den Reiz zu erleben, um den Reiz zu erlauben. Das ist eine super Kompensation, ne? Kompensation, genau. Und das passiert, glaube ich. Ich habe eine Lieblingsgeschichte von mir, ist von einem Kunden, der war gerade am Anfang, als ich vorhin das Training gemacht habe, der war Mathematiker. Ich kenne den ganz sehr gerne. Ja, der ist ein sehr kluger Mensch. Er liebte das harte Training auch, aber hat nie vorher ein richtiges Deal-Load gemacht, also überhaupt nicht. Aber er war sehr äquipisch, hat genau gemacht, was ich ihm erzählt habe und nach seinem ersten Deal-Load ist er zurückgekommen zum Training und er hat natürlicherweise sein Logbuch dabei und ich weiß nicht, welche Übung er am Anfang gemacht hat, sagen wir mal, schräg Bankgruppen. Und er hat gesagt, okay, ich habe 100 Kilo vorher verwendet, ich habe 11 Wiederholungen gemacht, ich gehe mal mit 110 oder 5, ich fühle mich sehr gut heute an. Und er hat stattdessen 12 oder 13 Wiederholungen gemacht, 23 gemacht. Er sagt, okay, das war gut und dann ist das Gleiche bei der nächsten Übung passiert und bei der gesamten Einheit passiert und dann auch am nächsten Tag. Er konnte das nicht glauben. Er hat gedacht, bin ich bescheuert, was ist denn mit mir los? Ich bin Mathematiker, habe ich irgendwie die falschen Gewichten dahin geschrieben im Logbuch, aber habe ich mich geirrt oder was? Aber überhaupt nicht. Er hat einfach zum ersten Mal einen richtigen Deal-Load gemacht und dann ist er so stark zurückgekommen, dass er praktisch bei jeder Übung seine Wiederholungen verdoppelt hatte. Und wenn er daran gedacht hat, er hat so viel Erfolg, so viele Fortschritte zurückgelassen, indem er zu viel trainiert hat. Und das ist das Interessante bei diesem Thema. Also man weiß, wenn man übertrainiert ist, weil Leistung runtergeht, ja. Aber wir haben auch diese, so quasi eine Glockenkurve, haben diese Dosis-Wirkungskurve bei Training. Also drei Sätze sind besser als Einsatz, Fortsätze ist besser und dann vielleicht haben wir ein optimiertes Volumen. Und dann, wenn man zu viel macht und mehr macht, kann man immer noch vorwärts kommen, aber das ist überhaupt nicht optimal. Und also ich habe das jahrelang gemacht, die meisten Bodybuilder machen das auch, sie versuchen zu viel zu machen. Sie kommen immer noch vorwärts, aber das ist überhaupt nicht optimal. Und wenn sie damit aufhören und so zum ersten Mal einen Deal-Load machen, dann realisieren sie, was sie in der Vergangenheit hätte realisieren können, aber nicht gemacht haben, weil sie zu viel trainiert haben. Und das war sein Erlebnis. Und deswegen glaube ich, das ist, es ist nicht unbedingt, dass man immer noch diese Superkompensation erleben will, aber das ist ein Ding, was, wenn man alles richtig so eingestellt hat, dass ein Teil des erfolgreichen Trainings sein kann. Für diejenigen, die gut Auto regulieren können. Unter der Voraussetzung, dass man aber auch hart trainiert, ne? Weil sonst braucht man kein Deal-Load. Ja, das ist auch wichtig, ja. Ja, es kann mal sein, man kann einen Deal-Load brauchen, wenn man nicht hart trainiert. Man kann also durchaus trainieren. Ja. Bei uns in Deutschland ist es so, von den größeren Coaches gang und gäbe, also ein paar machen gar keinen Deal-Load. Die sagen einfach nur, wenn du dich müde fühlst, machst du ein, zwei Pausentage mehr. Ja, und andere, die kommen vor allem aus dem Natural Bodybuilding, die sind dann eher beim Deal-Load so, dass der wirklich auch geplant wird und da dann halt in Prozentzahlen vom Gewicht, meinetwegen. Und dann machst du eine Woche mit 60 Prozent des Gewichtes. Das sind so die beiden großen Lager, die es hier so in Deutschland gibt. Und deswegen finde ich das ganz interessant, was du so erzählt hast. Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass die Sätze, also sie gehen immer noch bis Muskelversagen. Ja. Ja, aber zum Beispiel, sagen wir mal für den Rücken, stattdessen Kreuzheben zu machen oder etwas sehr Schweres, könnte man irgendwas mit dem Kabelturm machen. Das liegt, dass ZNS so stark anstrengt. Man trainiert immer noch, aber man trainiert hart. Und das war ein Ding bei DC Training, der hat also quasi empfohlen, dass Leute mit wenigem Gewicht und auch, sag mal, drei oder vier Wiederholungen weit weg von Muskelversagen trainiert. Und ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber so machen die meisten Athleten das nicht. Sie trainieren immer noch hart, aber mit weniger Volumen. Und das ist etwas anderes, was du gerade erzählt hast. Also entweder kein Training oder leichtes Training. Irgendwie habe ich das Gefühl, das leichtes Training. Es könnte mal sein, dass es hilft nicht mit der Erholung. Es setzt keinen weiteren Reiz. Und ja, meiner Erfahrung nach, ich kann das nicht richtig wissenschaftlich gut machen, aber meiner Erfahrung nach ist es nicht der beste Ansatz, um diese Superkompensation zu haben, zu erreichen. Ja, okay. Ja. Also du würdest eher Volumen runterfahren, trotzdem noch ins Muskelversagen trainieren, vielleicht mit anderen Übungen, aber dann noch ein paar Tage freimachen. Ja, und es könnte mal sein, also das ist ein, das habe ich pauschalisiert. Es könnte mal sein, dass andere Leute, also eine ganze, in einigen Fällen könnte es mal sein, dass man braucht eine Pause, nichts zu machen. Und also dieser Ansatz ist von den Bedingungen bedingt, dass man um die richtige Zeit den Deload macht. Also wenn man zu weit gegangen ist, dann braucht man eine Pause unbedingt, also nichts zu machen. Wenn man das zu viel macht, dann bringt das wahrscheinlich nichts. Man braucht keine Pause oder keinen Deload in diesem Fall. Ja. Und das ist die Kunst davon. Ja, irgendwie. Und dafür muss man ein gutes Körpergefühl haben, stimme ich auch schon zu. Ich glaube schon. Und verschiedene Dinge ausprobieren. Also einige Leute, also Geduld ist auch, für mich ist das, das ist das Wunderschöne daran, dass man, es gibt immer noch etwas, was man, was man nicht versteht, dass man, was man ausprobieren kann. Ja. Ja. Und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, habe ich gedacht, also ich stelle einfach Zeit. Ich will, jetzt will ich mal trainieren. Ja. Aber warten, warten, warten. Und das habe ich eigentlich in der Highschool erlebt. Ich habe Football gespielt. Und ich habe eine Verletzung bekommen. Und ich wurde am gleichen Tag, also am nächsten Tag auch krank. Und ich musste für eine ganze Woche überhaupt nichts machen. Ich war also praktisch den ganzen Tag im Bett. Und wir haben, das war während der Saison, wir haben nur ein bisschen was Krafttraining gemacht, um alles aufgeregt zu halten, also nichts Besonderes. Und nach einer Woche, ich habe nichts gemacht. Ich habe praktisch nichts gegessen auch. Ich habe Gewicht verloren. Aber ich habe mich zum ersten Mal richtig ausgenutzt. Und ich habe viel trainiert, als ich in der Highschool war. Also wegen meiner Süchtigkeit sozusagen. Und nach einer Woche bin ich zurückgegangen. Und also meine Kraft ist wahnsinnig hochgegangen. Also fast unglaublich. Und ich habe es nicht verstanden. Aber es war eben, weil ich einfach, ich habe nichts getan. Obwohl ich krank und Gewicht verloren hatte, habe ich mich richtig zum ersten Mal erholt. Und ich glaube, die meisten, zumindest diejenigen, die sehr hart trainieren, sie haben vielleicht mal das nie erlebt. Oder wirklich nur dann, wenn sie wirklich krank geworden sind, und der Körper sie gezwungen hat, Pause zu machen. Oder man sich dann irgendwas abreißt. Genau, genau, ja. Oh, cool, Scott. Also ich glaube, wenn man eins aus diesem Podcast heute mitgenommen hat, dann glaube ich auch, dass es nicht diesen Cookie-Cutter-Approach gibt. Es gibt nicht die Formel für Hypertrophie. Jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch reagiert anders. Ja. Und ich glaube, auch wenn man was mitgenommen hat, dann ist es auch diese Neugier, die du auch an den Tag legst, um auch mal verschiedene Dinge auszuprobieren. Und für sich selber halt den Weg zu finden, der funktionieren kann. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen deine Philosophie, ne? So dieses Kind wieder zu sein, was halt irgendwie alles so entdecken möchte. Mhm. Ja, und das habe ich eigentlich in Fortitude Training, es ist so ein Trainingsprogramm, aber es ist auch ein Trainingssystem eingebaut. Ja. Man kann also diese Setztypen anders ausführen. Man kann, man muss auch regulieren, indem man weiß, oder man so für sich selber ausfühlen, wann man einen Delo macht, welche Übungen am besten sich anfühlen, für welchen Setztyp. Wie viel Volumen man macht, hast du auch gesagt. Genau. Alles ist unterschiedlich. Also das heißt, es ist ein System. Ja. Nicht also genau das Gleiche für jeden, sondern ein System und man muss die verschiedenen Knöpfe für sich selbst einstellen können. Ja. Und es kann ein bisschen Zeit dauern, aber viele Leute haben guten Erfolg damit. Ja, glaube ich. Das bin ich sicher. Aber du brauchst halt auch wirklich Leute, die halt ein gewisses Körpergefühl mitbringen oder sich selber halt auch einschätzen können und reflektieren können. Ja, oder die das machen wollen. Ja, stimmt. Jeder kann das machen, glaube ich. wenn sie Bock drauf haben. Einige Leute, meine Mutti ist genau so. Sie hat einen Personal Trainer, sie geht quasi regelmäßig ins Fitnessstudio, aber sie will das nicht. Sie geht dahin und der Trainer sorgt dafür, dass sie abgelenkt wird. Ja. Sie geht durch das Training und also sie würde lieber das überhaupt nicht machen müssen, aber sie macht das, weil sie weiß, dass es gut für ihre Gesundheit ist, für ihre Knochen und so weiter. Und wenn man also eine Einstellung wie ich hat, dann ist das ein, also ich glaube, für mich ist es immer noch ein wunderschönes Programm, weil es gibt so viele Schraubstellen, die man verändern kann. Ja. Ja, definitiv. Und ich glaube, die meisten, die hier zuhören in diesem Podcast, sind auch Leute, die halt fortgeschritten sind, die achtsam sind, die auch neugierig sind auf neue Dinge. Und wenn ihr mal das Fortitude-Training ausprobieren wollt, dann schreibt dem Scott einfach mal. Ich finde den auf Instagram auf jeden Fall unter Fortitude. Ja. Fortitude-Training, genau. Genau. Und wie kann man die sonst irgendwie erreichen, Scott, wenn man irgendwie Fragen hat oder? Oh, ich habe eine Webseite, Dr. Scott Stevenson, dr. scottstevenson.com fortitude-training.net kann man auch das Buch kaufen. Sehr, sehr toll. 20 Dollar für das E-Book. Übrigens, ich versuche, ich will jeder, der das Buch kauft, dass er unbedingt weiß, wie man das Programm einstellt, wie man das Programm macht. Deswegen habe ich ein Forum. Völlig umsonst für diejenigen, die das Buch gekauft haben. Wenn man das E-Mail kriegt, nachdem man das Buch gekauft hat, dann gibt es Einleitungen da, dazu, wie man ans Forum ankommen kann. Und ich bin acht Jahre dabei. Ich habe praktisch quasi jede Frage beantwortet, die ich über das Programm geben könnte. Und die Antworten sind sehr intensiv. Und wenn jemand eine Frage hat, werde ich unbedingt die Frage beantworten. Ist ja mega geil. Also Leute, wenn ihr gerade mal auf der Suche nach einem neuen System seid oder einem neuen Programm seid oder einfach dem Fortity-Typ mal eine Chance geben wollt, für 20 Euro einen Trainingsplan, also weniger als 20 Euro und Trainingsplan billiger kriegt ihr es nicht. Und der Scott beantwortet auch noch eure Fragen. Das heißt, ich habe noch einen Trainer an der Seite. Das ist ja echt ein Schnapper. Ja, es ist zu einfach eigentlich. Ich glaube, die meisten, die können das nicht glauben, aber es stimmt. Ich bin dabei umsonst. Und wenn jemand also einfach sich da anmelden will, dann beantworte ich die Fragen. Wusstest du, Scott, die Frage musste ich jetzt noch stellen, dass vor einigen Jahren ein deutscher Fitness-Influencer dein Programm unter seinem Namen verkauft hat? Ja, ja, habe ich gerüst. Wie heißen der? Wie heißen der? Der ist im letzten Jahr zurückgekommen. Jill von Road to Glory. Jill, genau, genau, ja. Hast du ihm das erlaubt? Nee, überhaupt nicht. Er hat das früher geklaut. Du hast mich für viel Geld verkauft, für sehr viel Geld. Ja, das weiß ich schon. Er ist im letzten Jahr zurückgekommen. Jetzt ist er so ein Finanzberater oder sowas geworden. Okay, okay, du kennst ihn. Okay, krass. Ja, das gibt's ja nicht. Also er hat auf jeden Fall dein Fortitude-Training auch unter dem Namen für, ich glaube, 200 oder 300 Euro verkauft und hat damit... 200 Euro? Ja, so viel war das? Es war teuer. Es war sehr teuer damals. Das wusste ich nicht. Und ich habe eigentlich irgendwie, ich glaube, ich habe das Buch oder was, also die Detail bekommen und er hat das eigentlich nicht richtig erklärt. Also es war nicht genau wie. Nee, nicht völlig. Aber es ist egal. Auf jeden Fall gab es auch Muscle-Rounds, Pump-Sets und Loading-Sets und das kam mir alles sehr bekannt vor, hast du gerade gesagt. Ich habe es nicht gekauft, aber ich habe mir seine YouTube-Videos damals angeguckt. Ja. Ja, ich habe irgendwas irgendwie, ich habe ihm gesagt oder ich habe ihn angeschrieben, glaube ich, und ja, ich verstehe deutsch, genau was du gemacht hast, aber ich habe keine Antwort bekommen. Okay. Aber ja, das weiß ich schon. Es gibt auch eine Website, die jetzt da draußen ist. Sie haben, wie ist es, ist es so irgendwas wie, ich bin da drin, erwähnt, aber ich kenne den Typ überhaupt nicht. Ja. Und er sagt also, hier kann man Fortitude-Training, also alles, was man braucht, um Fortitude-Training zu machen. Aber meine Website ist nicht da dran, es ist nicht erwähnt, dass man das Buch kaufen kann. Es ist so, es gibt ein Geheimnis dazu, wie man Fortitude-Training macht. Und hier ist das Geheimnis in diesem, in meinem Artikel. Ja. Er sagte, also natürlicherweise hat er viele Werbungen dabei. Er kriegt Geld dadurch, dass er die Werbung hat. Aber... Ah, schade. Also Leute, Scott hat es entwickelt. Scott ist der ursprüngliche Erfinder des Fortitude-Training. Und wenn man wirklich ein Programm ausprobieren wollte, was schon andere Leute geklaut und kopiert haben, dann ist da der, der Grandmaster auf jeden Fall. Danke. Wenn ihr die Folge cool fandet, dann haut es gerne mal in die Kommentare. Folgt Scott auch gerne auf Instagram, supportet den guten Mann, der sich hier jetzt gerade fast zwei Stunden Zeit genommen hat und auch noch mal eine Verspätung in Kauf nehmen musste. Ey, Scott. Und falls ihr sagt, ey, Scott war super sympathisch und da würden wir gerne noch mal eine zweite Folge haben zu vielleicht einem anderen Thema. Vielleicht hat Scott ja Bock, noch mal wiederzukommen. Absolut. Cool. Würde mich freuen. Dann haut gerne die Vorschläge auch noch mal rein. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut, Scott, weil zwei Stunden ist ganz schön lang. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Und euch, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr wissbegierig bleibt und bildet euch breiter. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.